Ja, hallo und willkommen zum zweiten Video über den Creality High Combo. Im letzten Video habe ich euch ja schon den Drucker und das CFS etwas näher vorgestellt und gezeigt, wie einfach der Drucker zu montieren und einzurichten ist. Ein paar Testdrucker habe ich ja auch schon gemacht. Wer das Video noch nicht gesehen hat, den verlinke ich das mal hier oben. Heute zeige ich euch dann noch, wie es aussieht, wenn man mit dem CFS mehrfarbig druckt. Ich gehe jetzt auch gar nicht so genau auf den Slicer ein. Da gibt es ja zum Beispiel hier den Creality Print, aber man kann ja auch jedes andere Programm nutzen, wenn man möchte. Außerdem sind die Einstellungen so individuell, dass hier auch jeder seine eigene Vorstellung hat und es geht ja hauptsächlich auch um den Drucker. Ich werde heute mal zwei, drei Modelle zum Beispiel aus der Cloud laden und mehrfarbig drucken und dabei zeigen, wie das so aussieht und was die CFS dabei so macht. Danach schauen wir uns dann natürlich auch die Modelle einmal genauer an und sprechen über Sinn und Unsinn eines solchen Mehrfarbendrucks. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Bevor der ganze Spaß losgehen kann, müssen wir natürlich erstmal den Drucker wieder einschalten und warten, bis er vollständig hochgefahren ist. Dann suchen wir uns das Filament aus, mit dem wir drucken möchten. Hier habe ich zum Beispiel einmal weißes Hyper PLA von Creality. auf einer Kunststoffrolle. Hier ist dann auch ein RFID-Chip eingebaut. Das heißt, so eine Rolle können wir dann einfach in das CFS einlegen und dann erkennt der Drucker das Filament von alleine. Denn ich hatte ja schon im ersten Video erwähnt, dass das CFS an jedem Rollenplatz auch einen RFID-Chip-Leser hat. Dann habe ich hier noch verschiedene Farbfilamente. Das ist zwar auch alles Hyper PLA von Creality, aber auf einer PAP-Rolle. Und hier ist eben halt kein RFID-Chip eingebaut. Die Rollen können wir dann aber auch erst einmal ganz normal in das CFS einlegen. Dann aber die Daten manuell über das Display einstellen. Zuerst laden wir aber mal alle vier Filamente in das CFS. Dazu einfach nur die Filamentende nehmen und soweit in das PTFE-Röhrchen schieben, bis sich das CFS das Filament von selbst packt. Und ab da müssen wir auch gar nichts mehr machen, denn das CFS zieht sich das Filament jetzt einmal selbstständig ein und bringt es dann in eine Parkposition. Das machen wir mal mit allen Rollen, die wir mit dem CFS einsetzen möchten. Dann sehen wir hier jetzt im Materialmenü am Display des Druckers, dass die Spule 1, da wo der RFID-Chip dran ist, schon vom Drucker erkannt wurde und alle Daten korrekt eingestellt sind und die anderen drei Rollen eben noch nicht. Um das einzustellen, klicken wir dann aber ganz einfach im Materialmenü auf den jeweiligen Rollenplatz im CFS. Hier jetzt mal zum Beispiel der Platz 2. Dann einmal auf Edit gehen und hier kann man dann den Hersteller und Art des Filamentes, die Farbe und die Temperaturen einstellen. Das machen wir dann mit allen Rollen, die keinen RFID-Chip haben. Und dann kann es auch schon an den PC und den Slicer gehen. Hier öffnen wir jetzt erstmal Creality Print und müssen als erstes mal den Drucker dem Programm hinzufügen. Das machen wir ganz einfach hier oben über den Reiter Gerät. Dann auf Scannen hinzufügen klicken und dann wird das WLAN-Netzwerk gescannt und der Drucker gesucht. Dazu muss der Drucker natürlich auch eingeschaltet und im WLAN sein. Dann wird der Drucker hier auch schon gefunden. Dann müssen wir den einmal hier anklicken und auf das Plus klicken. Jetzt ist der Drucker mit dem Programm verknüpft. Hier kann man jetzt natürlich jede Menge Einstellungen tätigen, aber wie gesagt werde ich jetzt hier nicht detailliert auf den Slicer eingehen. Dafür gibt es ja auch schon diverse Extra-Videos im Netz und ich werde hier auch erstmal keine großen Einstellungen machen und die Modelle so drucken, wie ich sie hier angeboten bekomme, um auch zu zeigen, wie die dann ohne irgendwelche Anpassungen gedruckt werden. Das feine Einstellen von den ganzen Druckparametern ist ja eh eine Wissenschaft für sich. Als erstes werde ich aber mal eine selbst erstellte 3D-STL meines YouTube-Logos einladen, um das auch mal einzufärben und bunt zu drucken. Das muss ich jetzt hier erst einmal ausrichten. Das kann man aber auch von dem Programm automatisch machen lassen. Dann müssen wir das Modell wie gesagt noch einfärben. Dafür gibt es dann hier oben das Einfärbe-Icon und wir können uns jetzt aussuchen, mit welcher Farbe wir welches Teil des Modells einfärben wollen und können das dann zum Beispiel durch einfaches Anklicken in der gewünschten Farbe einfärben. Das mache ich jetzt einmal mit allen Buchstaben. Danach kann man das Modell slicen lassen und hier sieht man dann das fertig geslicte Modell. Dann gehe ich einfach nur auf An Drucker senden, um vom PC aus den Druck zu starten. Im Display des Druckers sieht man jetzt, dass der Drucker die Daten bekommen hat. Er fängt mit dem Selbsttest an und wenn der abgeschlossen ist, reinigt er noch kurz die Düse vom alten Filament und fängt dann an zu drucken. Hier kann man jetzt auch schön sehen, wie er daneben beim Farbdruck auch den Turm noch setzt. Das muss er natürlich dann auch in jeder Schicht machen, um den Turm gleich hoch zu halten. Hier sieht man jetzt, wie das CFS arbeitet und sich immer Stück für Stück das Filament einzieht und auch wie der Filamenthub arbeitet, um die Druckdüse gleichmäßig mit Filament zu versorgen. Hier sehen wir jetzt mal einen Filamentwechsel. Zuerst wird das alte Filament automatisch abgeschnitten und dann vom CFS zurückgezogen. Dann wird sich automatisch vom CFS die neue Farbe genommen und an den Druckkopf geschickt. Dann wird die Düse wieder 3-4 Mal von altem Filament gereinigt, bevor dann weiter gedruckt wird. In dem Fall jetzt hier sehr kurz und dann wird das Filament erneut gewechselt. Wenn der Druck fertig ist, wird das verwendete Filament wieder abgeschnitten und vom CFS wieder zurückgezogen, dass kein Filament mehr im System ist. Zum Lösen des Drucks müssen wir nur die magnetische Druckplatte abnehmen, können diese dann verbiegen, weil die ja flexibel ist. Somit löst sich der Druck dann relativ schnell und wir können ihn sehr einfach abnehmen. Wenn wir eine Filamentrolle aus dem CFS entfernen wollen, müssen wir nur hier unten einmal den Hebel nach hinten drücken. Dann können wir die Filamentrolle händisch so weit aufrollen, bis das Filamentende komplett aus dem PTFE-Röhrchen rausgekommen ist. Dann können wir das Filament zum Beispiel hier am Rand einfädeln und die Rolle entnehmen. Dann nehmen wir als nächstes Mal ein Modell aus der Creality Cloud. Da muss man natürlich auch angemeldet sein, um sich da Modelle runterzuladen. Zum Beispiel diese Katze hier. Da gibt es dann verschiedene Druckeinstellungen, die man sich hier runterladen kann. Manche Modelle in der Cloud sind hier kostenlos, manche aber auch kostenpflichtig. Dafür gibt es hier aber sehr viele Modelle, die auch schon zum größten Teil komplett bearbeitet sind mit Farbe und Einstellungen. Ich nehme mir jetzt hier aber das Gliederkrokodil. Das hatte ich mir schon mal runtergeladen. Daher wird das auch hier direkt in Creality Print angezeigt. Hier kann man jetzt wieder das Modell direkt slicen lassen. Wenn das passiert ist, werden hier links auch noch ein paar Daten angezeigt, wie Verbrauch der einzelnen Filamente und die Druckzeit. Dann können wir hier wieder auf Drucker senden klicken und dann auf Drucker starten. Dann wird das Modell wieder auf den Drucker übertragen. Nach dem üblichen Aufheizen und Kalibrieren startet er dann auch direkt mit dem Druck. Hier sehen wir jetzt auch nochmal einen Filamentwechsel. Hier wird wieder das vorherige Filament durchgetrennt, dann von dem CFS komplett eingezogen, bevor dann die neue Farbe wieder an den Druckkopf geschickt wird. Dann wird wieder einige Male die Düse vom vorherigen Filament gereinigt. Er druckt noch einmal die neue Farbe auf den Turm und fängt dann wieder an, auf dem Modell zu drucken. Und je nach Anzahl der Farbbereiche im Modell haben wir hier natürlich auch ziemlich viele Filamentwechsel während des Drucks. Nach dem Druck und Abkühlen des Druckbettes können wir dann das Modell auch wieder durch verbiegende Druckplatte ziemlich einfach lösen. Wir haben auch noch die Möglichkeit, über die Creality Cloud Modelle vom Smartphone oder dem Tablet zu drucken. Dazu müssen wir uns mit dem Gerät natürlich in der Creality Cloud angemeldet haben. Dann können wir uns über die Cloud ein Modell aussuchen, zum Beispiel diese kleine Vase hier. Dann kommen wir auch hier in so eine Art Slicer-Oberfläche. Da gehe ich jetzt aber ebenfalls nicht großartig drauf ein. Hier können wir dann das Modell direkt über Drucken an den Drucker senden. Vorher müssen wir noch den Drucker auswählen. Wir haben jetzt hier nur den Creality High. Dann müssen wir noch den CFS Platz bzw. die Farbe aussuchen, mit der wir drucken wollen. Und dann werden die Daten an den Drucker gesendet und der Drucker fängt wieder ganz normal an zu drucken. Kommen wir am Ende zu einem kurzen Fazit und zur Beurteilung der Drucke. Das Drucken mit dem CFS ist wirklich easy. Habt ihr ja gesehen, einfach die Filamentrollen einlegen und dann das Filament in die Röhrchen schieben, das war's. Der Rest wird dann wirklich komplett von dem CFS und dem Drucker übernommen. Sollte mal ein Fehler zum Beispiel im CFS entstehen, wird der Drucker automatisch angehalten. Das hatte ich zum Beispiel einmal, als ich für das Video die Haube aufgemacht habe und vergessen habe, die zu schließen. Da hat sich dann das rote Filament beim Einziehen falsch aufgewickelt, weil ja hier oben dann der Andrücker fehlte. Nachdem ich das gefixt hatte, konnte ich den Druck aber ganz normal weitermachen und das hat er dann auch alles sauber abgeschlossen. Dann gucken wir uns als nächstes mal die Drucke an. Ich habe jetzt zwar nicht so den direkten Vergleich, wie die Drucke bei teureren Druckern aussehen, aber ich finde die Ergebnisse hier schon recht gut. Die Drucke habe ich ja wie gesagt auch ohne weitere Einstellungen einfach gedruckt. Das heißt, die sind jetzt auch alle mit 0,2 mm Schichticke zum Beispiel gedruckt, also nicht auf der feinsten Einstellung. Schauen wir uns also mal als erstes das YouTube-Logo von mir an. Was mir bei den Drucken generell gefällt, ist die Unterseite. Die ist hier so leicht rau, ist halt die Oberfläche auch von dieser Druckbettauflage. Ansonsten ist das Logo eigentlich auch wirklich sehr gut gedruckt. Die Oberfläche gefällt mir auch sehr gut hier von dem RC und von dem Chrissy. Ein bisschen unsauber ist der jetzt hier in den kleineren Schriften geworden, bei Modellbau-Videos. Da sind teilweise so ganz kleine Lücken drin und der hat es nicht ganz so sauber gedruckt. Aber ich denke mal, das liegt auch daran, dass es hier schon sehr fein ist. Das ist ja auch der Druck gewesen, den er abgebrochen hat bei der letzten roten Schicht, als das Filament falsch eingezogen wurde. Da hat er dann die letzte rote Schicht nochmal nachgedruckt, als ich das Problem gefixt hatte. Das ist dann nach dem Weiterdrucken auch alles sehr sauber abgeschlossen worden, wie gesagt. Ansonsten gefällt mir das Logo wirklich sehr gut. Wie gesagt, hier an den kleinen Schriften ist hier ein bisschen unsauber. Ansonsten finde ich die Oberfläche wirklich schon sehr in Ordnung. Auch die Vase hat wieder hier diese schöne Unterseite und der restliche Druck ist auch wirklich sehr sauber gemacht worden. Wie gesagt, ist das jetzt hier alles in 0,2 mm Schichticke. Wir haben hier an der Kante eine kleine Stelle, die jetzt nicht so sauber gedruckt worden ist und hier vielleicht auch noch so ein bisschen unsauber. Ansonsten muss ich sagen, ist der Druck wirklich sehr sauber geworden. Auch von der Innenseite kann ich hier nicht meckern. Das ist auch wirklich alles sehr sauber gedruckt. Und die Vase gefällt mir im Allgemeinen auch sehr gut. Hat er wirklich sehr gut gemacht. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zu teuren Druckern, aber für mich reicht die Qualität völlig aus. Dann kommen wir zu dem kompliziertesten Teil, was ich gedruckt habe. Hier das Krokodil mit den fünf Gliedern. Das habe ich jetzt hier in blau gedruckt. Die Enden sollen eigentlich gelb werden. Ich hatte aber kein Gelb, deswegen habe ich die jetzt grün gemacht. Ich finde, der Druck ist auch wirklich sehr sauber geworden. Klar haben wir hier bei den leichten Schrägen hier diese leichten Stufen drin. Das ist aber dann halt beim FDM-Druck so. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Ich denke mal, das wird auch bei den teuren Druckern so sein. Die Enden sind auf jeden Fall auch sehr sauber gedruckt worden, dafür, dass sie auch wirklich sehr klein sind. Die Augen zum Beispiel, auch die Augen von dem Krokodil sind sehr gut gedruckt worden. Was ich auch sehr gut finde, dass die Farbübergänge hier wirklich auch sehr sauber gemacht worden sind. Also man sieht jetzt hier keine Verläufe oder sowas. Die Enden haben einen richtigen Abschluss. Die sind nicht in das Blau verlaufen, sondern die Farben sind wirklich sehr gut getrennt voneinander. Da kann man überhaupt nicht meckern. Und ich finde, auch von der Bewegung her lässt das Krokodil sich wirklich sehr gut bewegen. Da ist jetzt nichts angepackt beim Drucken. Das ist ja in einem Stück gedruckt worden. Hier und da hat man ein paar Stellen, die jetzt nicht so ganz sauber sind. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass man da auch mit ein paar Einstellungen die Qualität noch ein bisschen verbessern kann. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch mit dem Druck sehr zufrieden. Der Abfall, der hier entsteht, ist natürlich Wahnsinn. Wir haben hier bei dem Krokodil zum Beispiel ein Druckgewicht von 46 Gramm und ein Abfallgewicht von 143 Gramm. Das steht natürlich in keinem Verhältnis. Das macht so natürlich überhaupt keinen Sinn. Schon gar nicht wirtschaftlich. Ich denke mal, wenn man hier mit ernster Farbdrucke machen möchte, muss man das schon eher je Farbe in Einzelteilen drucken. Mein Plan war ja eigentlich auch mal zu versuchen, mit wasserlöslichem Stützmaterial zu drucken. Aber das kann man hier natürlich vergessen. Erstmal wird das Drucken hier immens in die Länge gezogen, weil ja in jeder Schicht mindestens ein Filamentwechsel stattfinden muss. Und der Verbrauch an Filament wäre ja hier viel, viel, viel zu hoch. Und ich denke mal, wasserlösliches Filament ist auch nicht gerade günstig. Das würde dann wohl nur Sinn machen, wenn man eine zweite Druckdüse hat und nicht immer das Filament gewechselt werden muss. Als abschließendes Fazit kann ich aber für mich sagen, dass ich mit dem Drucker voll zufrieden bin. Die Drucke sind wirklich zum größten Teil sehr sauber gedruckt worden. Es ist auch für komplette Einsteiger möglich, ohne große Vorkenntnisse gute Ergebnisse zu erzielen. Und ich denke, wenn man sich noch ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt, gerade auch mit dem Slicer, dann kann man hier auch noch einiges mehr rausholen. Auch der Druckraum ist mit 260x260x300mm ausreichend groß, sodass man hier auch relativ große Sachen drucken kann. Bisschen schade finde ich, dass man das CFS durch das kurze Kabel nur auf die rechte Seite des Druckers stellen kann. Aber so verkürzt sich natürlich auch der Filamentweg zum Drucker, was ja auch eher besser ist. Was hier am Drucker eher schlecht ist, ist die Kamera. Fürs Überwachen des Drucks ist sie auf jeden Fall sehr hilfreich. Aber für vernünftige Timelapse-Aufnahmen ist die Qualität einfach viel zu schlecht. Die Qualität des Druckers finde ich im Allgemeinen aber völlig in Ordnung. Und er macht auch einen wirklich stabilen Eindruck. Wir reden hier auch über einen Drucker, der gerade mal um die 300 Euro kostet. Und in der Combo mit CFS gerade mal um die 450 Euro. Teilweise sogar noch etwas günstiger. Was ich auch richtig cool finde, ist die magnetische Druckplatte. Die ist echt praktisch, da sich die Drucke dadurch wirklich sehr gut lösen lassen nach dem Druck. Aber beim Drucken trotzdem auch sehr gut haften. Bis jetzt zumindest. Und die hat ja auch noch eine zweite Seite, die man verwenden kann. Also ich denke mal, das geht alles in Ordnung. Auch das Filament mit dem RFID-Chip finde ich sehr cool. Aber da muss man natürlich auch sehen, dass das vom Preis her schon auch nicht günstig ist. Und auch ohne RFID-Chip ist das jetzt auch nicht wirklich kompliziert, das alles manuell einzustellen. Ich würde sagen, das war es jetzt zum Creality High Combo. Wenn ihr meinen ersten Teil dazu noch nicht gesehen habt, guckt euch den gerne mal an. Den verlinke ich euch mal hier oben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung über das Combo unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.